Hört man das Wort Champions League, dann denkt man unwillkürlich an Fußball. Aber auch die Wasserballer Europas spielen unter den jeweiligen Landesmeistern ein Turnier auf höchstem sportlichem Niveau. Aus Deutschland gehört in der Gruppe B seit vielen Jahren die Mannschaft der Wasserfreunde Spandau 04 zu diesem Kreis. Die Spandauer in den Weißen Kappen hatten die Mannschaft von AZC Affen aus den Niederlanden zu Gast. Die Begegnung begann, so wie es die Zuschauer in der Schwimmhalle am Berliner Sachsendamm erwartet hatten. Die Berliner als Favoriten gingen schnell in Führung und dominierten in jeder Phase das Spiel. Zur Pause nach dem zweiten Viertel stand es schon 9 zu 4. Doch dann brachen die Gastgeber ein wenig ein. Über die Gründe kann man nur Vermutungen anstellen, die Angriffe wurden fahriger und in der Verteidigung klappte auch nicht alles. Doch am Ende gelang es, einen ungefährdeten Sieg nach Hause zu bringen und mit einem 14 zu 8 in der Gruppe B bis auf weiteres den dritten Platz zu erobern. Was war der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Hälfte des Spiels? Wir sind glücklich drei Punkte gewonnen zu haben, denn ich bin nicht glücklich mit der Leistung der Mannschaft. Für die nächsten Spiele müssen wir die Verteidigung entscheidend verbessern und die Mannschaft muss sich noch mehr darauf konzentrieren, das Leistungspotenzial abzurufen. Aber jetzt haben wir die drei Punkte gewonnen. Wir sind nicht in der Position, uns auf diesem Erfolg auszuruhen. Die kommenden Spiele werden nur schwer zu gewinnen sein. Gelingen vergleichbare Spiele in der Zukunft ist es durchaus realistisch, dass Spandau 04 in das Turnier der besten Acht weiterkommen kann.